Fast geschafft! Verfickte Scheiße! Bleib stehen! Keinen Schli- Was? Er killt uns einfach! Waaah! Arschloch! Was für ein Arschloch! Er hat mich einfach getötet! Kannst du schnell dich drücken! Hey, Song! Wir sind fast da! Du brauchst wohl Hilfe! Fast da! Fast geschafft! Kann man auch nicht speichern können bei solchen Momenten! Verfickte Scheiße! Bleib stehen! Okay, okay! Ich leg sie ab! Langsam! Also! Was hast du vor? Ja! Auf dem Mond! Auf dem Mond! Erwartet sie nur der Tod! Wenn du sie retten willst! Überlass sie mir! Vorhin hat Myers ihren Tod angeordnet! Und du hast nicht widersprochen! Hast du uns gehört! Hast du uns gehört! Ja! Jedes Wort! Die Situation hat sich geändert! Überlass Songbird mir! Ich kann ihr helfen! Die Sache vor sieben Jahren? Song hat Myers Befehle befolgt! Und sich dafür nie verziehen! So wird es dir auch ergehen! Ihr Wissensbisse für den Rest deines Lebens! Aber es geht nicht mehr um Song Bee! Sondern darum, dass sie keinen Krieg anzettelt! Ich bring sie nach Washington! Sie muss sich für ihren Verrat verantworten! Du hast recht! Song ist über Leichen gegangen für ihre Ziele! Sie will mich auch verrecken lassen! Lass mich raten! Sie hat ihr Versprechen gebrochen! Das Heilmittel kann nur einmal benutzt werden! Und Song wollte es für sich behalten! Aber ich hab nichts! Ich verstehe! Song wird für mich das Heilmittel für dich! Ich brauch das Heilmittel und Ripper, die es benutzen können! Du hast was von Kontakten in Europa gesagt! In Europa und in Langley! Die NUSA haben herausragende Spezialisten! Die besorgen dir die Daten und operieren dich! Deal? Wie soll ich mir sicher sein, dass deine Leute an die Neuralmatrix rankommen? Gibt's Garantien? Ich kenn mich mit dem Kram nicht so gut aus! Aber denk dran! Das Sinusher unsere Tank ist! Nehmen wir an, ich überlebe! Was passiert dann mit Song? Dann suchen wir nach anderen Wegen, um ihr zu helfen und den Black-Wall-Verfall aufzuhalten! Boah, das ist jetzt schon schon längst zum Tod verrückt! Ja! Meyers konnte sie nicht entkommen lassen! Aber wenn wir sie in die Finger kriegen und das Leben, sind die NUSA sicher! Und Song wird muss nicht sterben! Ich bin ein Revolver! Du hattest keine Wahl! Aber deine Freundin hier folgt Reed ins Jenseits, damit du dich nicht beeilst! Zeit für den Abflug! Boah! Aber egal welches Ende wir genommen hätten, die wäre wahrscheinlich sogar so gestorben! Ab sofort bist du auf dich allein gestellt! uargenreich und dasバイt mit dem Programm zu fahren! Vielleicht schaffst du das, vielleicht nicht! Fängt nicht mehr von mir ab! Ich sollte mich dringend mit meinen eigenen Problemen befassen! Lebenserhaltungssystem aktiv! Bordcomputer werden verstanden. Ob Heroes! Und Infos! Regensystemspeicher frei. Der Weltraum steht für Freiheit, SoMii. Luke geschlossen und versiegelt. Interner Strom eingeschaltet. Hydrogendruck ausreichend für Start. Automatische Startsequenz initiiert. Tja, jetzt gibt's kein Zurück mehr. 50 Sekunden. RS-25, Hauptmotor, Start. Und los geht's. Ich hab noch nie ein Raumschiff gestartet. Du etwa? Nee, ich auch nicht. Noch 50 Sekunden. Festtreibstoffmotoren laufen. Zündstifte aktiv. Die kommt nicht weiter. Du glaubst, dass sie's nicht schafft. Keine Ahnung. Aber wo immer sie auch hingeht, ihre Probleme werden ihr folgen. Sie hat es geschafft. Sie ist frei. Sie hat das, was mir immer gefehlt hat. Ein Scheißglück. Glück hat nichts damit zu tun, Johnny. Ihr beide wolltet unterschiedliche Dinge. Ach ja? Dann erzähl mal. Was genau war das, was ich so sehr wollte? Applaus, Jubelrufe. Du hast alles getan, um das Publikum zu bespaßen. Ah, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht hätte ich mehr tun und anders sein können. Vielleicht war ich bloß überzeugt, dass ich eh nicht überlebe. Und vielleicht, vielleicht hat diese Tussi auch einfach Eier, das bis zum Ende durchzuziehen. Und mir fehlte das letzte Quäntchen Entschlossenheit. Keine Ahnung. Nun, wenigstens bist du ehrlich zu dir. Das ist auch eine Art von Freiheit. Was kommt als nächstes? Irgendein Träume-nicht-dein-Leben-Lebe-deine-Träume-Bullshit? Genieß die Show, Johnny. Start initialisiert. Sie hat es geschafft. Das ist das, was sie hat. Wow, du hast so ein geiles DLSD. Ich will wissen, wie das an Rennen ist. Und was machen wir jetzt? Jetzt sagen wir bye-bye zu deinem Traum von einem langen Leben. Immerhin haben wir noch mehr Zeit miteinander. Fick mich, oh Glück. Aber es ist dir nicht alles schlecht. Politiker, Spione, wir mittendrin. Und wir haben überlebt. Und uns dabei ziemlich mächtige Feinde gemacht. Myers wird das niemals vergessen. Nie im Leben. Nicht nachdem du ihren besten Agenten getötet hast. Myers wollte Songbird. Alles andere war ihr egal. Reed auch. Reeds Loyalität war seine Achillesferse. Er musste es auf Biegen und Brechen durchziehen. Halte ich für eine beschissene Überlebenstaktik. Früher oder später verraten wir alle jemanden. Ist unvermeidbar. Meistens uns selbst. Wer weiß. Vielleicht hast du dem Kerl ja einen riesen Gefallen getan. Ich muss mich jetzt fokussieren. Auf mich selbst. Auf meinen Weg. Stimmt schon. Den NUSA ins Auswischen. Einen halbtoten Cyborg ins Weltall schießen. Das sind schöne Steine für das Monument deiner Legende. Aber die Uhr tickt. Du stirbst. Wir brauchen eine scheiß Lösung. Ja, das stimmt. Ein Songbird zu den Sternen. Ja. Aber was ist jetzt daran ein anderes Ende? Ich dachte, da kommt ein anderes Ende. Aber ich sehe kein anderes Ende. Wenn wir jetzt mit Hanako sprechen, das ist dasselbe Ende wie vorher auch, denke ich. Da wird sich nichts ändern. Oder kommt er noch? Kommt da noch was? Oh! Oh! Der Echter hat angerufen. Okay, war es das jetzt? Also jetzt mal 24 Stunden. Also wenn das jetzt das Ende ist. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Ende, was ich mir gewünscht hätte, weil es dann wieder nicht ein schönes Ende ist. Ja, es ist immerhin schön, dass wir den beiden geholfen haben. Ja gut, dann machen wir es anders. Dann schauen wir mal. Spielstand laden. Nicht, dass wir hier sind. Tut mir leid, Song. Wirklich. Aber du hast mich zuerst verraten. Was? Songbird. Willst du sie noch? Du lässt sie jetzt im Stich? Okay. Was willst du? Spuck's aus. Mir geht's nur um eins. Ich will überleben. Das Heilmittel kann nur einmal benutzt werden. Und Song wollte es für sich behalten. Aber ich hab nichts. Verstehe. Songbird für mich, das Heilmittel für dich. Ich brauch das Heilmittel und Ripper, die es benutzen können. Du hast was von Kontakten in Europa gesagt. In Europa und in Langley. Die NUSA haben herausragende Spezialisten. Die besorgen dir die Daten und operieren dich. Deal? Deal. Nimm sie mit. Aber lass mich nicht sterben. Am Startplatz. Wir sind fast da. Ich weiß. Ich warte. Mach auf. Wir sind da. Na komm. Zeit zu gehen. A lady mit uns. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Wir beide. Wir haben versucht, dir zu helfen. Sie aus dieser Lage rauszuholen. Sie wollte die Hilfe nicht. Sie ließ uns keine Wahl. So läuft es eben manchmal. Letztendlich hast du dich richtig entschieden. Ich bring dich nach Hause, Summi. Landungsbereich gesichert. Nein, wirst du nicht. Wir nehmen sie mit und gehen. Hm. Was kaufst du dir eigentlich für deine 30 Silberstücke? Ich melde mich. Lass dir nicht so viel Zeit. Wir müssen uns jetzt töten. Da oben steht der Halt, nämlich die Waffe auf uns. Wie? Kümmer dich gut um Song, Reed. Das schuldest du ihr. Und du solltest sie und all das hier lieber vergessen. Und du solltest sie und all das hier lieber vergessen. Ich musste gerade an was denken. Was kommt jetzt? Ach, ich weiß nicht. Scheiße, jetzt tut sie mir irgendwie leid. Du vergisst jemanden. Vergisst du auch Tränen für mein Schicksal? Mein scheiß Pech? Oh, du bist total im Arsch, klar. Aber wenigstens bist du dabei nicht mehr allein. Das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Gewöhn dich nicht dran. Ja, was sollen wir denn jetzt machen, uns so lange beschäftigen? Wir wollen ja eigentlich mal nach unserem Apartment. Dann haben wir gesagt, ich muss gucken, was jetzt passiert. Ob der sich überhaupt meldet. Ich muss hier nicht dran. Ich muss hier. Nichts machen. Nichts gemacht. arrivederide. Tschüss. isch Der Wettbewerb ist die Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020 Get Mum on! 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 einfach wieder. Sieh an, sieh an. Ach, das ist der, den wir mitgenommen haben. Unser Leguan-Ei hat sich aber irgendwie... Wo ist unsere Katze eigentlich? Sie ist noch da, sie maut zumindest noch. Aber das Leguan-Ei, da ist nichts draus geworden. Es tut mir leid. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, 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 oh. Was ist das? Feuer! Magnetium! Ja, ich würde sagen, die hat uns verarscht. Können wir nicht drüber leben? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017